Ja, eine kleine Ensemble, wo wir aufhören. Lennon McCartney, auch bekannt als Beagle ist, da war doch was genau. Und natürlich bin ich selber auch nie so ein Beagle-Fan gewesen, aber ich dachte mir, hey, auch in der Musikgeschichte ist das ja etwas Spannend, was die Jungs damals so geleistet haben. Und ich dachte mir, ah, ich nehme mal so einen Klassiker-Kern-Babylade, hören wir gleich. Und das hatte ich vor zehn Jahren schon mal für einen kleinen Ensemble arrangiert. Und jetzt dachte ich mal so für Kurbesetzung, ja, ein kleines Arrangement von mir, das hören wir jetzt. Und jetzt ist es so, ja, ein kleines Arrangement von mir. Und jetzt ist es so, ja, ein kleines Arrangement von mir. Musik 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 Musik